Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir packen das! Auf drei! Eins, zwei, drei! Ja! Hör! Okay, gehen Sie zuhören! Das ist Leon Saldo. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Und jetzt? Was ist der Plan? Erster Mannschaft, nicht so sehr. Wir hätten jetzt eine Spielwohnung für D. Das war allerdings für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Na ja. Und danach brauchen wir noch einen kleinen Joint, oder? Spaß! Oh, sorry. Hey! Ich hör auf! Ich hör auf! Ich hör auf! Man hat sie beobachtet. Der Vorstand ist vor allem rein interessiert, dass von dieser Sache nichts nach aussen dringt. Egal wer was sagt, egal was passiert, ihr seid nicht schwul. So müsst ihr das vertreten und kompromisslos durchziehen. Ah! Ah! Jetzt spielen Fussball, wie wollen Profis werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Haben wir etwas zusammen oder nicht? Und wenn was? Leon! Fuck! Die provozieren nur! Hände an den Händen nicht! Nein! Nein! Mein Name Nils! Bitte! Bitte! Na gut! Ich schaue auf jemandem nicht an den Händen, aber wenigstens lang. Oh Gott! Euch seht doch nichts. Vielen Dank.